In diesem Video erfährst du, warum du ganz, ganz dringend blauen Concealer brauchst. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Achtung, Vorsicht, nicht erschrecken! Ich sehe aus, wie ich aussehe. Meine Augenringe sind am Start, sie sind noch nicht gecolor corrected, denn in diesem Video will ich so ein bisschen technischer werden. Die meisten Videos, die hier online kommen, sind immer sehr, sehr Neuheiten lastig, nicht sehr, das ist gut, das ist nicht gut lastig, aber ich dachte mir, wir haben schon lange oder vermutlich sogar noch gar nicht über Make-Up-Techniken gesprochen und ich bin zwar kein Make-Up-Artist oder kein ausgebildeter Make-Up-Artist, ich habe aber in den letzten vier, fünf Jahren einiges über Make-Up gelernt und ich möchte heute mit euch so ein bisschen darüber sprechen, was es mir ermöglicht hat, ein besseres Ergebnis zu erzielen und ich dachte mir, vielleicht ist es für euch auch interessant. Ich weiß noch nicht, ob ich das als Zusatzvideo mache oder als normales Video, ich weiß es noch nicht, aber heute geht es wirklich um bunte Concealer, weil ich glaube, dass das etwas ist, was noch so ein bisschen unterschätzt wird und gerade hiermit für fünf Euro ihr eine Menge Geld sparen könnt. Und das ist ja auch so ein bisschen mein Credo dieses Jahr gewesen, ich teste Sachen, damit ihr das oder euer Geld spart und nur die Dinge kauft, die wirklich gut sind und wirklich Sinn machen und das macht extrem viel Sinn. Ich sehe fix und fertig aus, aber so sehe ich halt nochmal aus. Die meisten Videos starte ich tatsache auch schon mit Color Corrector unter den Augen, einfach damit ich mich wohler fühle, aber das bin halt nun mal ich und ich will auch, dass ihr seht, wie ich aussehe, wenn ich kein Color Corrector drauf habe. Meine Augenringe sind extrem, extrem da und ich Color Corrector entweder immer mit dem Charlotte Tilbury Magic Vanish oder dem Catrice Under Eye Brightener, wobei ich den hier mir so ein bisschen angepasst habe. Ich habe den hellen genommen, der ist mir ein bisschen zu hell der Originale und habe den von Becker mit reingemacht in Medium, der ist ein bisschen dunkler und dadurch habe ich dieselbe Farbe bekommen. Jetzt gibt es aber was Neues von Elf und das ist kein bezahltes Video, ich habe die Sachen selber gekauft, ich habe sie auf der Elf Webseite gekauft, ich habe sie noch nicht in der Drogerie, ich habe sie noch nicht bei Douglas oder so gesehen, sondern wirklich nur auf der Elf Webseite. Ich musste keinen Zoll zahlen, ich musste, glaube ich, auch keinen Versand zahlen, weil ich noch ein paar andere Sachen gekauft habe und das sind diese Schätzchen hier, das sind Color Corrector und ich glaube, dass Color Correction entweder total missverstanden wird oder gar nicht gemacht wird und ich zeige euch, warum ihr vor allen Dingen den blauen, eigentlich warum ihr alle drei braucht. Es wird sehr theoretisch hier, weil ich glaube, dass es wichtig ist, die Theorie zu verstehen, um in der Praxis erfolgreich zu sein. Bevor wir das aber machen, starten wir mit dem ersten Produkt, das ist ein Color Corrector. Ihr müsst euch ganz, ganz wichtig immer das Farbrad vorstellen. Also das Farbrad zeigt uns die Farben und die Komplementärfarben und die gegenüberliegenden Farben. Und wenn wir uns das Farbrad anschauen, dann sind Augenringe meistens bläulich-lila und die passend gegenüberliegende Farbe ist Orange, Rot, Gelb in dem Bereich. Für mich ist diese Farbe genau die richtige. Die ist auch ähnlich wie die von Charlotte Tilbury. Es ist alles so ein bisschen laxig. Wenn ihr dunkler seid, nehmt ein dunkles Orange. Aber ich sehe ganz, ganz oft Leute, die meine Hautfarbe haben oder heller sind und damit sowas hier arbeiten. Mit so einem Knallorange, das kriegst du nicht abgedeckt und das schießt auch so ein bisschen übers Ziel hinaus. Wir machen heute mal auf der einen Seite Color Correction, auf der anderen Seite nicht. Ich nehme mir nur ein ganz, ganz kleines bisschen davon. Und ihr seht schon, ich habe ja eh schon etwas rosanen Unterton. Und damit kann ich perfekt dieses dunkle Lila so ein bisschen ausgleichen. Das Schöne bei diesen Color Corrector ist, ich habe schon wirklich viele getestet, weil ihr kennt meine Augenringe ja. Ich habe viele Color Corrector getestet und die meisten sind entweder zu teuer oder sie sind farblich zu intensiv. Und das finde ich bei denen ganz spannend, dass sie so alle so ein bisschen pastellig sind. Und ich glaube, ihr seht sofort den krassen Unterschied, wie das Blau so ein bisschen reduziert wurde. Ihr könnt natürlich auch in mehreren Schichten gehen. Bei Color Correction geht es aber nicht unbedingt um die Deckkraft, sondern um die Farbe. Ihr seht das, also wenn ich sobald ich hier rübergehe, über meinen blauen Schatten, wird es hier so ein bisschen orange. Aber das Lila ist ausgeglichen. Eine Sache, die ich ganz spannend fand, war, wie entsteht eigentlich so eine Foundation? Das habe ich mich schon immer gefragt. Und deswegen zeige ich euch mal die theoretische Art und Weise, wie eine Foundation entsteht. Ich nehme den rosa Color Corrector. Ich nehme den grünen Color Corrector. Ich nehme den gelben Color Corrector. Blauen. Und jetzt denkt ihr euch, hm, okay, süßer Regenbogen. Aber was, was glaubt ihr, was passiert, wenn ich das Ganze mische? Ohne Schnitt. Das ist ein bisschen zu viel Blau gewesen. Aber das Ganze wird beige. Also eine Shade, eine Hautfarbe. Man kann das Ganze natürlich noch aufwärmen. Dafür gibt es dann Rot. Also Foundations werden mit Pigmenten gemacht. Ich habe leider keinen roten. Rot mit reingemischt. Und das Ganze wird wärmer und ist im Prinzip fast 1 zu 1 meine Hautfarbe. Und wenn du das verstanden hast, wie so ein Produkt entsteht und wie es sich zusammensetzt, kannst du ganz, ganz viel machen. Und deswegen, der blaue Concealer ist ein Game Changer. Ich habe nämlich eine Foundation mitgebracht. Das ist diese hier. Das ist die Hourglass Foundation. Schweineteuer. Ist jetzt auch nicht unbedingt meine liebste Foundation. Das größte Problem ist, die ist mir viel zu gelb. Also wenn du eine Foundation hast, die dir zu gelb ist, die dir zu warm ist, kannst du hiermit eine Menge Geld sparen. Weil alternativ müsste ich die jetzt entweder wegschmeißen oder jemand anderem geben. Hiermit nicht mehr. Bevor wir dazu kommen, Grün. Was macht Grün? Grün korrigiert Rot. Also wenn ihr Rosazea habt beispielsweise oder so wie ich jetzt hier ein Pickelchen, könnt ihr damit Rot korrigieren. Eine Sache, die mir wichtig ist zu sagen, weil ich das oft sehe bei Leuten, das ganze Gesicht grün machen. Und das Problem ist, so eine Rötung bewegt sich im Laufe des Tages. Also wenn ich mich abschminke oder wenn ich mich eincreme, habe ich Rötungen um die Nase auf der Stirn. Wenn ich die jetzt mit Grün kaschiere, gleicht das das zwar aus, aber was passiert, wenn ich in zwei Stunden nicht mehr diese Rötung da habe? Das heißt also, das Grün schimmert irgendwann durch meine Foundation und ich sehe aus wie Schreck. Deswegen, ihr braucht nur eine ganz, ganz kleine Menge. Ich zeige es euch jetzt mal hier, obwohl ich auf der Seite nichts machen wollte. Wobei, ich habe hier keine Rötung. Na hier, probieren wir mal das hier. Diesen kleinen Punkt. Und wirklich nur punktuell arbeiten. Um die Nase herum. Ganz leicht. Man soll nicht sehen, dass es grün ist, sondern man soll nur sehen, man soll nichts mehr sehen. Das ist das Ziel. Hier habe ich mir von die Augenbrauen ein bisschen gezupft. Ganz leicht. Hier habe ich eine kleine Rötung. Das arbeite ich so ein bisschen hier ein. Und ihr habt auch hier das Ganze so ein bisschen reduziert. Das Ziel von Color Correction ist es, dass ihr weniger von den deckenden Produkten braucht. Weniger Foundation, weniger Concealer, weniger Sachen, die eine Deckkraft haben. Und ich glaube, ganz klar sieht man das hier. Das hat jetzt nicht aufgehellt. Das macht hier der von Charles Tilbury. Der hat nämlich mehr Pigment mit drin. Mehr Deckkraft. Der hat nur gecolor corrected und ist gut eingezogen. Und das finde ich auch bei denen sehr spannend. Im Vergleich zu dem hier von Jeffree Star beispielsweise. Den hatte ich mir vor Jahren mal gekauft. Dass der nicht so trocken ist. Der verschmiert aber auch nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe nämlich beispielsweise hier einen von Nars. Der ist auch ein Stückchen zu dunkel. Aber der schmiert. Und der setet sich nicht selbst. Und irgendwann ist die Foundation orange. Das ist so ein bisschen das Problem, was man haben kann. Ich habe jetzt an einigen Stellen so ein bisschen ausgeglichen. Ich nehme noch ein bisschen mehr. Kann ich hier noch ein bisschen rüber gehen. Und habe die Rötungen im Allgemeinen ausgeglichen. Ohne, dass ihr jetzt hier grüne Flecken seht. Weil denkt immer daran, irgendwann scheint das alles durch. Und dann habt ihr hier einen gelben Fleck, hier einen orange Fleck. Da ist es dann ein bisschen grün. Und das sieht dann nicht mehr schön aus. Probiert wirklich punktuell das auszugleichen, was ihr ausgleichen wollt. Gelb ist etwas sehr Spannendes. Damit habe ich auch noch nicht gearbeitet. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es funktioniert. Auf der einen Seite würde ich das benutzen, um eine Foundation ein bisschen heller zu machen. Auf der anderen Seite soll Gelb, das ist recht neutral, das Gelb. Das ist ein helles Gelb. Fahlheit ausgleichen. Und da gehe ich einfach hier so ein bisschen lang. Und blende das Ganze hier aus. Da bin ich so ein bisschen gräulich. Da sieht meine Haut ein bisschen fahl aus. Und da korrigiere ich einfach ganz leicht an den Stellen, die meiner Meinung nach fahl aussehen. Ich finde, fahl ist so ein Begriff, der ist ein bisschen schwierig. Das hält auf. Wir könnten jetzt punktuell auch hier so ein bisschen arbeiten. Dann kriegen wir hier einfach einen leichteren Lichtpunkt mit hin und können das Ganze aufhellen. An den Augen finde ich es nicht so schlimm, wenn es ein bisschen zu hell ist. Aber ihr könnt damit so ein bisschen mehr Licht reinbringen. Mehr Highlights. Beispielsweise hier an den Stellen einfach ein bisschen aufhören. Und ihr seht auch hier, ich habe keinen gelben Fleck, sondern ich habe das Ganze nur ausgeglichen. Und im Prinzip ist das Ziel, durch Color Correction die Haut schon so ebenmäßig zu machen, dass man keine Foundation mehr braucht. Könnt ihr mir so ein bisschen folgen? Um den Mund bin ich auch meistens so ein bisschen gräulich. Gelbt gleich so ein bisschen das gräuliche aus. Und im direkten Vergleich ist das gesamte Gesicht schon viel, viel heller, viel, viel ebenmäßiger. Jetzt haben wir noch den blauen Concealer. Das ist etwas, das würde ich niemals auf mein Gesicht geben. Aber ich zeige euch mal was. Die Foundation ist sehr gelb. Ich mag sie nicht so gerne. Ich packe hier mal einen Pumpstoß drauf. Und ihr seht, die ist sehr gelb und nicht so meins. Ich nehme noch einen Pumpstoß auf der anderen Seite und gebe wirklich nur die, kleinste, die kleinste Menge hin. Lieber zu wenig als zu viel. Da seht ihr es. Ein ganz, 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 ganz kleiner Punkt. Und das mische ich jetzt. Was passiert, wenn ihr euch das Farbrad anschaut? Blau ist die gegenüberliegende Farbe auf dem Farbrad von Gelb. Das heißt, es neutralisiert. Das Ziel ist es, immer in dem Farbrad in die Mitte zu kommen. Ich hatte mal tatsächlich eine Zeit lang ein Farbrad hier liegen und habe mir das dann immer angeschaut. Und ihr seht direkt im Vergleich, dass diese Farbe hier viel, viel gelber ist als diese. Wesentlich neutraler. Wenn ich das jetzt auf meinem Gesicht teste, seht ihr direkt den Unterschied. Das ist ein kleiner Unterschied, aber der macht eure Foundation tragbarer. Für mich ist das jetzt immer noch nicht genau die richtige Farbe. Ich bräuchte noch ein bisschen Roten. Deswegen, liebes Elf Team, wenn ihr das sehen solltet, bring uns einen roten Color Corrector. Ich nehme jetzt hier einen Liquid Lipstick. Einen roten. Gebe einen kleinen Punkt da rein. Das war schon wahrscheinlich viel zu viel. Und mein Unterton ist sehr rosa. Mische das und die Foundation ist viel, viel wärmer. Und jetzt könnt ihr sie kaum noch auf meiner Hand erkennen, denn das ist im Prinzip meine Farbe. Ich mache jetzt mal die eine Seite mit der gelben Foundation, dass ihr das Ganze seht. Ich hoffe, das ist spannend für euch. Ich glaube aber schon, weil man einfach, wir haben alle schon mal eine Foundation gekauft, die uns nicht passt, oder? Vor allen Dingen ich. Ich gehe jetzt hier einfach erstmal rüber. Ohne Color Correction, ohne alles. Einfach hier rüber. Wir haben alle schon mal eine Foundation gekauft, die uns zu hell, zu gelb, zu dunkel, zu kalt, zu warm war. Wir wollen sie trotzdem benutzen. Vielleicht gefällt sie uns. Unsere Haut verändert sich ja auch im Laufe des Jahres. Ihr seht es. Es ist okay. Es ist wirklich okay. Aber es ist natürlich gelb und es ist nicht so passend. Man könnte das Ganze anpassen. Man könnte das Ganze so ein bisschen korrigieren mit Bronzer und Blush. Aber ich glaube, ihr seht, das ist definitiv nicht meine Farbe, oder? Wir machen das Ganze jetzt mal wie eben auf meiner Hand. Ich habe hier die Foundation auf der Mischplatte. Gebe ein bisschen Blau dazu, gebe ein bisschen Rot dazu und mische. Vielleicht sogar noch, wenn sie euch ein bisschen zu dunkel ist, ein bisschen Gelb und ein bisschen Rosa. So wie wir eben die Foundation angepasst haben. Und wahrscheinlich habe ich jetzt das erste Mal in meinem Leben eine Foundation, die deutlich besser passt. Ich nehme Schwamm und blende mir das Ganze. Seht, ihr seht, ihr seht das, oder? Und das ist so krass, als ich das gesehen habe. Ich fand, darüber wurde auch viel zu wenig gesprochen, dass es diese Color Correction Produkte jetzt gibt von Earth, weil das, also die Dinger kosten 5 Euro. Ihr zahlt, wenn ihr, weiß nicht, also 4 würde ich schon, ich würde schon alle nehmen, aber ihr könnt einfach alle Produkte retten. Und das Schöne ist, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen, das ändert nichts an der Textur. Das ist im Prinzip nur Wasser mit Pigment und vielleicht ein bisschen Glycerin, dass es schön feucht ist. Aber schaut euch bitte diesen Unterschied allein der Farbe schon an. Ich drehe den Schwamm, nehme die saubere Seite, gehe hier auch nochmal rein und ich habe einfach eine Foundation, die so viel besser zu meiner Hautfarbe passt. Jetzt denkt ihr euch sicherlich, Girl, irgendwie sehen deine Augenringe immer noch da aus. Oder sieht man sie noch? Das ist auch ein Problem, was ich habe, deswegen gehe ich jetzt mit dem rosanen Concealer hier nochmal rüber. Das könnt ihr machen, wenn ihr sehr, sehr starke Augenringe habt, die so ein bisschen ins Gräuliche gehen, die so ein bisschen ins Lila, ins sehr, sehr Dunkle gehen. Dann könnt ihr das machen, geht nur nicht zu weit raus. Ihr seht sofort, das Ganze ist ausgeglichen. Ich halte das Ganze noch ein bisschen auf, mit dem weißen, kann punktuell mir Highlights setzen, ohne großartig mehr Produkt aufzutragen. Und jetzt können wir einfach weitermachen mit unserer ganz normalen Foundation, mit unserem normalen Concealer und dann zeige ich euch das Ergebnis. Ihr seht es, ich gehe auch gerade nochmal mit so ein bisschen Baking Puder lang und ich benutze auch dafür eine Rosanisse. In dem Fall, weil ich einfach die meisten Foundations habe, die mir zu gelb sind für meine Haut und mit diesem Rosa ich noch so ein bisschen besser arbeiten kann. Aber ich glaube, ihr seht sofort diesen Unterschied. Hier bin ich einfach nur ganz leicht rüber gegangen. Hier arbeite ich wirklich mit den Farben, dass ihr den, ich übertreibe jetzt natürlich, dass ihr den Unterschied sehen könnt. Ich hoffe, es interessiert euch, weil mich hat das so, ich war so geflasht, als ich das gefunden habe, die Produkte. Ich fixiere das Ganze einmal und wenn ich jetzt ein Stückchen zurückgehe, das Ganze gesettet habe, seht ihr diesen krassen Unterschied. Nur mit Produkten, die das Ganze so ein bisschen ausgleichen. Ich habe irgendwas ins Auge bekommen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, eine Wimper piekst und mein ganzes Auge dreht. Bitte lasst euch jetzt davon nicht unterkriegen. Aber das ist die Kraft von Color Correction. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen geholfen. Probiert die Dinge aus. Wie gesagt, ich glaube, dass das vielen helfen kann. Ihr braucht natürlich nicht alle. Aber wenn ihr sagt, eure liebste Foundation, die würdet ihr so gerne benutzen. Ihr sollt euch aber einfach zu gelb oder zu warm oder zu grün oder zu was weiß ich, zu dunkel, dass ihr damit so ein bisschen was retten könnt. Und das geht so ein bisschen in mein Credo. Kauft euch nicht unbedingt dann eine neue Foundation für 80 Euro. Investiert 5 Euro und probiert es erstmal damit selber zu machen. Weil es ist nochmal was anderes als Darkening und Brightening Drops, die auch oft die Textur der Foundation verändern. Das ist im Prinzip wirklich einfach nur Farblehre. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ihr süßen Mäuse passt auf euch auf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Fühlt euch geküsst.